Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein Video für euch, das sich sehr, sehr viele gewünscht haben. Und zwar möchte ich euch heute gerne meine Reitpad vom Signum Sattelservice vorstellen. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich schon sämtliche Sattelalternativen getestet habe. Ich reite halt super gerne ohne Sattel, weil ich das Pferd dann noch viel mehr spüren kann und halt noch feiner mit dem Pferd arbeiten kann. Dass komplett ohne Sattelreiten nicht gesund ist, wissen wir mittlerweile alle, weil die Druckverteilung dementsprechend nicht gegeben ist und unser Pferd durch unsere Hüfthöcker alleine schon starke Schmerzen in der Rückenmuskulatur bekommen kann. Dafür gibt es ja Reitpads und ich habe davon schon einige getestet. Und jetzt habe ich seit gut anderthalb Jahren das Innovation Pad vom Signum Sattelservice, das ist dieses hier. Vor anderthalb Jahren habe ich den ersten Prototypen vom Signum Sattelservice zugeschickt bekommen. Das sah damals noch so aus. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild ein. Damals war das Pad aus einer Art Nubuk-Leder und es hat mich wirklich vom ersten Tag an total gefesselt. Ich habe dieses Pad vom ersten Tag an geliebt. Ich habe noch nie so ein tolles Sitzgefühl ohne Sattel mit Reitpad auf meinen Pferden gehabt. Damals hatte ich den Kenny ja noch, für den hatte ich noch eine andere Variante. Ich möchte euch aber heute die Variante vorstellen, die ich jetzt seit gut anderthalb Jahren auf Bill reite. Dieses Reitpad, was ihr hier jetzt sehen könnt, habe ich seit März diesen Jahres, also seit etwas über einem halben Jahr und reite es mindestens ein bis zweimal die Woche. Auch lange Ausritte sind damit gar kein Problem, sowohl natürlich auch Dressurarbeit. Ich habe euch letzte Woche erst ein Video zu meinem Training mit dem Reitpad hochgeladen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, werde ich es euch jetzt hier gerne mal verlinken. Da könnt ihr dann eine komplette Trainingseinheit mit dem Reitpad sehen. Ich möchte in diesem Video einfach mal auf das Reitpad eingehen, euch erklären, warum ich mich für dieses Reitpad und für kein anderes entschieden habe und was eben die Besonderheiten dieses Pads sind. Anfangen möchte ich erstmal mit dem Material und der Festigkeit dieses Reitpads. Hier seht ihr ein Pad, was komplett aus Wildleder ist. Es ist also kein Kunstleder oder gar Neopren, wie es ja viele andere Reitpads haben. Das ganz Besondere an dem Pad ist, dass ihr hier eine sogenannte Sitzschale habt, die in dem Bereich etwas dicker gepolstert ist, sodass euer Pferd eben gut geschützt ist und ihr aber trotzdem sehr guten Kontakt am Bein habt. Und zwar, man kann es glaube ich von hinten ganz gut sehen, der Sitz ist dicker gepolstert als eben die Sattelblätter. Somit sitzt man oben sehr bequem und sicher und hat trotzdem sehr, sehr guten Kontakt zum Pferd, nämlich mit den Beinen. Das war nämlich bei den meisten Reitpads das große Problem, dass die halt insgesamt sehr dick waren und hier an den Seiten eben nicht dünner gepolstert waren. Und meistens sitzt man mit diesen Reitpads dann sehr, sehr breitbeinig und kann keine korrekten Hilfen mehr geben. Das war eben bei diesem Pad von Anfang an anders. Auch damals, der erste Prototyp hatte das schon und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Dann seht ihr hier diese dicke, große Blockpausche, die hier vorne drauf ist. Da streiten sich ja so die Geister, sag ich immer, weil die Pausche natürlich das Bein in gewisser Art und Weise fixiert. Für mich ist es die absolut perfekte Lösung, weil ich ein Pferd habe, was eben unfassbar unbequeme Gänge hat. Er ist einfach ein Quarter Horse und gerade wenn man die mal ein bisschen zügiger reitet, sind die einfach nicht so besonders bequem zu sitzen. Und da hilft mir die Pausche eben ungemein, mein Bein ruhig zu halten, meinen Sitz ruhig zu halten, unterstützt mich dementsprechend in meinem Sitz, dass ich wirklich ruhig auf dem Pferd sitze. Auch wenn ich mal die Trabschritte etwas verlängere oder auch mal den Galopp ein bisschen stärker reite, habe ich wirklich immer ein ruhiges Bein, eine gute Beinposition und brauche auch vor allem keine Angst haben, durch einen Boxsprung oder sonstiges sofort vom Pferd zu fallen, weil die Pauschen mich eben an Ort und Stelle halten und meinen Sitz eben gut unterstützen. Eine weitere Besonderheit des Pads ist auch der anatomische Schnitt, den ihr hier vielleicht auch ganz gut erkennen könnt. Ich zeige euch gleich noch ein weiteres Pad, welches den anatomischen Schnitt noch etwas stärker ausgeprägt hat. Signum Sattelservice arbeitet dauerhaft an ihren Produkten und die versuchen halt immer, die Produkte noch besser zu machen, als sie halt sind. Und das neue Modell hat sogar noch ganz leicht mehr anatomischen Schnitt als dieses hier. Das zeige ich euch aber noch gleich. Dann das zweite, das zweite vor allem, das zweite, was sehr besonders ist an dem Pad, mein Gott, jetzt habe ich es aber, ne? Was besonders ist an dem Pad, das sind hier die Gurtstrupfen. Die sind eben, ja, zum einen natürlich aus sehr guter Qualität, die sind nämlich aus dickem Leder und nicht wie bei anderen Reitpads eben mit einem Nylon-Gewebe unterlegt, sondern komplett aus Leder. Und der Vorteil hier ist halt, dass sie komplett V-förmig über das Sattelblatt gehen. Und zwar nur über das Sattelblatt. Die Gurtung geht nicht über die Wirbelsäule. Ich komme gleich noch zum Thema Wirbelsäulenfreiheit, aber habt das mal im Hinterkopf, dass die Gurtung eben V-förmig angeordnet ist, dass sie nicht über die Wirbelsäule reicht und dementsprechend das Pad auch nicht auf die Wirbelsäule des Pferdes ziehen kann. Zudem ist das Pad eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, hier stärker gepolstert als an den Seiten. Hier wird genau der gleiche Schaumstoff verwendet, der auch in den Sätteln vom Signum-Sattelservice verwendet wird. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich jetzt schon seit zweieinhalb Jahren den Omega Mercedes reite vom Signum-Sattelservice und dort wird eben das gleiche Material in dem Polster verwendet, wie hier in dem Pad. Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, schaut gerne hier oben rein. Hier habe ich es euch verlinkt. Da kommt ihr dann direkt dahin. Die Unterseite des Pads besteht aus einer Art Filz und ist dementsprechend auch sehr, sehr griffig und eben sehr schön fürs Pferd und nicht so, dass das Pferd halt so sehr drunter schwitzt. Bei den Neoprenpads ist es halt oft der Fall, dass durch das Neopren, es ist eben ein Kunstgewebe und deshalb schwitzt das Pferd eben relativ schnell unter diesen Pads. Das ist hier halt nicht gegeben. Ich persönlich reite das Pad immer, immer mit einer Polsterwaren-Schabracke. Da möchte ich aber gleich nochmal in Ruhe drauf eingehen. Ich zeige euch jetzt nochmal die andere Variante des Pads, die ich auch noch hier habe. Hier habe ich jetzt eine andere, auch sehr, sehr schicke Variante, wie ich finde. Und zwar ist es jetzt genau das gleiche Pad, das Freedom Pad, was ich euch eben auch gezeigt habe. Nur, dass dieses Pad jetzt aus der ganz neuen Kollektion quasi ist und ihr seht, dass die Widerrissfreiheit und auch dieser anatomische Schnitt noch ein Ticken mehr ist, als bei meinem alten Pad. Wie gesagt, die Pads werden dauerhaft weiterentwickelt und da wird halt immer darauf geachtet, dass sie halt gut fürs Pferd sind, gut für den Reiter sind und dort wurde dann eben nochmal dieser Schnitt etwas verbessert. Ich hoffe, man kann es jetzt so in der Kamera sehen, sonst mache ich euch gleich nochmal hier direkt Vergleichsbilder. Die Pads gibt es natürlich in ganz vielen verschiedenen, wunderschönen Farben. Wenn ihr noch mehrere Farben sehen wollt, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch den Link direkt reingepackt. Da könnt ihr dann die verschiedenen Farben sehen. Kommen wir jetzt mal zu einem Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Und zwar geht es um die Wirbelsäulen- und Widerrissfreiheit. Es gibt Leute, die meinen, okay, es ist ja nur ein Reitpad. Das kann also auch volle Kanne auf der Wirbelsäule liegen oder es kann auch volle Kanne auf dem Widerriss liegen. Da passiert ja nichts, ist ja kein Sattelbaum. Das stimmt so leider nicht. Und zwar solltet ihr immer darauf achten, dass ihr die Wirbelsäule und den Widerriss eures Pferdes frei haltet. Das ist halt ganz wichtig, weil auch ein Reitpad wird festgegurtet und durch das Festgurten, auch wenn es nur Leder ist, kann es Druck auf die Wirbelsäule ausüben. Da müsst ihr wirklich darauf achten. Es gibt sogar Pads, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht schon mal gesehen habt. Die sind dann vom Schnitt her, von der Gurtung her, so bescheiden, sage ich es jetzt einfach mal, dass die Gurtung komplett über das Pad läuft, ohne hier eine Unterbrechung zu haben. Und dann auch noch punktuell, also nicht als V-Gurtung, sondern am besten hier direkt vorne schön drüber und dann zieht ihr eurem Pferd das halt volle Kanne auf die Wirbelsäule und das ist wirklich nicht angenehm. Achtet also wirklich darauf, egal ob es ein Sattel ist, egal ob es ein Reitpad ist oder einfach nur eine Satteldecke, sobald Druck drauf kommt, durch das Angurten oder eben auch mit Reitergewicht, dass ihr die Wirbelsäule und den Widerriss immer schön frei habt. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich schauen muss, was habe ich für ein Pferd, wie sieht der Rücken aus, habe ich ein gut bemuskeltes Pferd oder ein weniger gut bemuskeltes Pferd, hat das Pferd von Natur aus viel Widerriss oder wenig Widerriss, da müsst ihr natürlich schauen. Grundsätzlich ist es so, dass ein Pferd, was mehr Widerriss hat und vielleicht auch von der Anatomie her nicht eine so extrem eingebettete Wirbelsäule hat, da solltet ihr noch mehr darauf achten, dass ihr den Widerriss und die Wirbelsäule frei haltet und dementsprechend mit polsterbarer Satteldecke reiten. Bei Kenny damals war es so, dass er von Natur aus eine sehr gut eingebettete Wirbelsäule hatte und auch kaum Widerriss und wenn ich das Pferd da draufgelegt habe, bedarf es keiner Unterlage und bei Bill ist das Ganze leider etwas anders. Ich reite das Pferd mit einer Satteldecke oder einer Schabracke von Mattes. Wenn ihr meine Videos verfolgt, kennt ihr diese Schabracke auch schon, die habe ich jetzt bestimmt schon zweieinhalb Jahre, die habe ich nämlich damals zu meinem Omega Mercedes dazu bekommen. Ich habe erst meinen Sattel damit geritten, also das war die Unterlage für meinen Sattel und als das Reitpad dann eingezogen ist, habe ich es als Unterlage für das Pad benutzt, weil ich das hier eben super gut polstern kann. Ihr seht, dass ich hier ein echtes Lammfell drunter habe, hier ist auch die Wirbelsäule freigeschnitten und hier habe ich halt die Möglichkeit, in die Taschen verschiedene Einlagen zu tun, um eben auch vielleicht anatomische Schwächen von meinem Pferd auszugleichen. Wenn ich also ein Pferd habe, was vielleicht etwas Coolen am Widerriss hat, vielleicht auch durch einen unpassenden Sattel, dann kann ich das hier wunderbar mit Einlagen ausgleichen, so dass das Pad eben sehr schön zum Liegen kommt. Oder wenn ich ein Pferd habe, was hinten relativ stark runter geht, kann ich hier hinten eben ausgleichen, dass das Pad eben sehr schön in Waage liegt. Und deswegen finde ich das sehr gut, wenn man eben ein nicht ganz perfektes Wert hat, dass man eben dann hiermit dementsprechend polstern kann und das Pad in eine ruhige Lage bringen kann. Ihr müsst natürlich nicht diese super teuren Lammfellscherbracken kaufen. Ich liebe die allerdings. Ich nutze meine Sachen natürlich auch immer sehr, sehr lange. Wie gesagt, die ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und wird regelmäßig genutzt. Es gibt aber auch günstigere Varianten. Und zwar gibt es auch vom Signum Sattelservice diese Scherbracke. Ihr seht, die sieht sehr ähnlich der Matte-Scherbracke aus. Oder die sieht der Matte-Scherbracke sehr ähnlich. Hat aber eine Kunstfellunterseite. Kann man so sehen, ja. Ist auch super flauschig, weich, auch sehr angenehm. Und man kann hier eben dann auch die Einlagen tauschen. Wer grundsätzlich gar kein Fell mag, da gibt es dann die Satteldecke auch komplett ohne Fell. So schaut die dann aus. Und ihr könnt trotzdem eben individuell polstern. Und so schaut dann die Kombination aus, wie ich es momentan auch auf meinem Bild reite. Ich werde euch jetzt auch nochmal genauere Details einblenden. Da könnt ihr auch sehen, wie das Pad nach dem Reiten liegt. Ihr seht, dass der Widerriss da immer noch frei ist, dass die Wirbelsäule frei ist. Ja, da könnt ihr euch einfach vielleicht mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das so nach dem Reiten aussieht. So sieht das Ganze jetzt nach dem Reiten aus. Ich bin den Bill jetzt hier ungefähr 40 Minuten Dressur-mäßig in der Halle geritten. Natürlich könnt ihr hier sehen, dass das Reitpad sich etwas absenkt vorne. Das ist halt ganz normal, sobald man es halt angurtet. Deswegen solltet ihr wirklich darauf achten, dass es schon vor dem Angurten genug Widerrissfreiheit hat, weil es sich eben nach dem Reiten noch ein bisschen senkt oder beim Reiten ein bisschen senkt. Und trotzdem kriege ich jetzt immer noch die Hand vorne ohne Probleme rein. Der Widerriss ist also komplett frei. Die Oberfläche vom Pad ist wirklich nicht nur super angenehm zu sitzen, weil man eben sehr fest sitzt, sondern eben auch sehr sicher. Ich bin ja grundsätzlich ein eher ängstlicher Reiter. Aber mit dem Pad ist das für mich gar kein Problem, weil man wirklich bombenfest darauf klebt. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, dass die Wirbelsäule hinten auch schön frei liegt, dass da wirklich noch genug Platz ist. Und auch da kriege ich meine Hand ohne Probleme rein. Die Wirbelsäule ist halt komplett frei. Das Pad, was ich euch jetzt in dem Video gezeigt habe, ist das sogenannte Freedom-Reitpad. Es gibt noch ein anderes Reitpad, was gerade vom Signum Sattelservice nochmal verbessert und auch nochmal neu aufgelegt wird. Und zwar ist es das Dressage-Pad. Der Unterschied ist einfach, dass in dem Dressage-Pad eine weitere Sitzschale noch verbaut ist, dass ihr einfach noch mehr Unterstützung in eurem Sitz bekommt. Ich habe euch aber jetzt das Freedom-Pad vorgestellt, weil es wirklich das Pad ist, was ich am liebsten reite, womit Bill und ich am besten zurechtkommen. Es ist einfach das Pad, was mich super nah ans Pferd dransetzt, was mich jeden Muskel vom Pferd spüren lässt. Und ich bin wirklich total verliebt in das Pad. Es wird auch nächstes Jahr eine kleine Aktion geben. Und zwar werden der Signum Sattelservice und ich ein Pad zusammen auflegen und zwar in einer besonderen Farbe. Da dürft ihr schon gespannt sein. Ich denke mal, dass die Pads dann zum März verfügbar sind. Da werde ich euch dann aber noch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe sehr, dass euch dieses kleine Infovideo gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir das gerne unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, so viele Kommentare, wie es nur geht, von euch zu beantworten. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns dann in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Ich sage tschau ihr Lieben und bis dahin. Ich sage tschau ihr Lieben und bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020